Willkommen zurück bei Conipure. Das alte Jahr ist jetzt schon fast Geschichte und ab übermorgen haben wir wieder jede Chance alles richtig zu machen. Das heißt, es ist auch der perfekte Zeitpunkt für die guten Vorsätze 2019 und ich habe mir gedacht, ich verrate euch heute mal meine guten Vorsätze fürs nächste Jahr. Nachdem ich immer gern hoch hinaus will, habe ich mir gedacht, ich übe das jetzt gleich einmal und fange hier in der Kletterhalle damit an. Und die Kletterhalle hat ja schon gleich einmal mit meinem ersten guten Vorsatz ein bisschen zu tun, nämlich nehme ich mir jedes Jahr vor, zehn neue Dinge auszuprobieren. Neue Sportart, irgendwie neue Zubereitungsmethode oder sonst irgendetwas, irgendetwas, was ich noch nie gemacht habe. Einfach damit ich ein bisschen neugierig bleibe und einfach auch immer wieder mal über meinen eigenen Schatten springen, weil ihr kennt das ja bestimmt. Man schissert sich ja bei vielen Dingen oft mal an und das hat mir schon so oft geholfen, coole neue Dinge auszuprobieren und das möchte ich weitermachen. Wird natürlich jedes Jahr ein bisschen schwieriger, weil man hat natürlich schon so viel ausprobiert und Klettern war auch schon mal eins davon. So, der zweite gute Vorsatz hängt mit dem Alkohol zusammen und zwar mache ich das auch schon seit ein, zwei Jahren oder mehr, dass ich zwei Monate im Jahr völlig ohne Alkohol machen möchte. Nicht, dass ich jetzt so viel trinken würde, aber es ist irgendwie so, dass man ja doch immer wieder mal ein bisschen zum Essen und Wein oder so und das ist so erholsam vom Körper, wenn man einfach mal eine Zeit lang nix trinkt. Das muss man sich aber vornehmen. Kurzes Rasten. Ein dritter guter Vorsatz, den schiebe ich schon seit Jahren vor mich her. Ich möchte mir gerne die Augen lasern lassen und ich habe da ein bisschen Schiss davor und ich weiß auch gar nicht so, wo ich hingehen soll. Aber vielleicht habt ihr ein paar Tipps, vielleicht hat es schon mal jemand gemacht von euch, dass ich das endlich mal umsetze. Und mein vierter guter Vorsatz, der hat mit Meditieren zu tun. Also ich meditiere seit drei Jahren. Das tut mir erst nicht gut und ich gebe sogar Unterricht im Meditieren. Also wer das mit euch mal lernen will, der kann gern zu mir kommen. Aber ich schaffe es immer noch nicht, immer in der Früh aufzustehen. Und das wäre eigentlich die beste Zeit zu meditieren. Und das ist für mich echt oft so schwer, so früh aufzustehen. Und ich möchte auf jeden Fall mal zwei bis drei Mal in der Woche wirklich in der Früh ganz früh aufstehen zu meditieren. Und das wäre echt ein guter Vorsatz. Und da brauche ich glaube ich ein bisschen viel Motivation, dass ich das schaffe. Klettern wäre ja eigentlich was Hochmeditatives und es ist voll schade, dass ich das nicht öfters mache. Wir sind übrigens in der Kletterhalle Mondsee und das ist super schön da. Und das gehört sogar zu unserer Unternehmensgruppe. Und das könnte ich viel öfters machen. Nächster guter Vorsatz merke ich jetzt schon. Nämlich möchte ich eine dritte Krafttrainingseinheit in der Woche einbauen. Jetzt mache ich das zweimal so im Club. Und man wird aber nicht jünger. Das merke ich auch. Und deswegen soll es dreimal werden. Natürlich ist es so, dass ich selber auch immer wieder einen Arschtritt brauche, um in die Gänge zu kommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heuer wieder eine Neujahrs-Challenge. Könnt ihr alle mitmachen. Infos kommen in Kürze auf diesen Kanal. Mich interessieren natürlich eure guten Vorsätze. Und jetzt darf mich der Tom auch wieder runterlassen. Schreibt mir doch die guten Vorsätze in die Kommentare unten rein. Und ich wünsche euch einfach ein gutes neues Jahr 2019. Bis zum nächsten Mal.